Großbrand in Goch, Feuerwehrleute verletzt. In Goch brennt ein Pflanzengroßhandel. Etliche Feuerwehreinheiten aus dem Umkreis sind im Einsatz. Offenbar hat es eine Explosion gegeben. Über der Stadt steht eine schwarze Rauchwolke, die schon von Weitem zu sehen ist. Nach Informationen der Feuerwehr Goch wurden durch die sogenannte Durchzündung zwei Feuerwehrmänner schwer verletzt. Sie wurden mit Rettunghubschraubern in Spezialkliniken gebracht. Brandursache noch unklar. Wegen der starken Rauchentwicklung werden Anwohner im Gocher Stadtgebiet gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Auch über die Warn-App Nina hatte es einen entsprechenden Hinweis gegeben. Die angrenzende Bahnlinie des RE10 zwischen Goch und Wese sowie die B67 sind derzeit gesperrt. Laut Polizei ist die Lage sehr unübersichtlich, zur Ursache des Brandes ist noch nichts bekannt.